Wir sind von Zypern TV. Dürfen wir Ihnen eine Frage stellen? Wir wollen gerne wissen, was Ihre Meinung zum Land Zypern ist. An sich habe ich eine gute Meinung über dieses Land seit... Entschuldigung. Sorry, die ist schlecht. Die ist schlecht? Wir müssen das jetzt aber noch fertig filmen. Entschuldigung. Nein, komm, wir müssen den Beitrag abgeben. Ich muss telefonieren mit Zypern, ich brauche den Beitrag heute. Nein, müssen wir. Jetzt warten. Wir müssen den Beitrag unbedingt fertig machen. Können Sie vielleicht filmen, statt ihm? Es ist ganz leicht. So, danke, dass Sie das jetzt filmen für uns. Wir machen eh nur mehr ein paar Beiträge zum Land. Hey, bitte die Kamera auf mich. Ja, super. Zum Land Zypern und dann können Sie eh schon wieder gehen. Bisschen weiter... Ja, okay. Na, wird schon passen. Hallo, Zypern TV hier. Was ist Ihre Meinung zum Land Zypern? Ähm, Entschuldigung. Was sind die Leute? Haben Sie zu tun? Nein, okay. Was ist Ihre Meinung zum Land Zypern? Zypern? Ja. Wir müssen jetzt schauen, dass der Scheiß Beitrag ist. Der Chef von Zypern sitzt nicht komplett im Nacken. Ja, ich habe ihn dran. Ja. Ähm, fuck. Zypern ist von uns abhängig. Jetzt hörst du, hör auf zu recorden. Was ist? Würden Sie auf Zypern mal nach Urlaub fahren? Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Hast du das jetzt drauf? Das gibt es ja nicht. Hast du dich drauf gelegt oder was? Alter. Der Chef von Zypern will noch wissen, wie Zypern beginnt, mit welchen Buchstaben. Okay. Das müssen wir noch fragen. Ja. Ich kann jetzt auch nicht wen her zaubern, aber ich probiere es. Wissen Sie, mit welchem Buchstaben Zypern beginnt? Zypern? Zypern. Danke. Einfach alles gedacht. Hast du es jetzt eh gefilmt, oder? Das war die perfekte Antwort. Nein. Wir machen einen Beitrag über Zypern. Es ist warm, dort manchmal im Sommer und kalt im Winter. Aber wärmer als bei uns in Österreich. Ey, Alter. Wir sind ein professionelles Team. Kannst du dir wenigstens ein bisschen Mühe geben? Du wirst dir mal eine Kamera in der Hand gehabt haben. Jetzt haltest du es einmal noch gerade so hin. Das wirst du ja wohl schaffen. So, gib mir die Kamera, es reicht. Du gehst jetzt. Ich filme mich jetzt einfach selbst. Zypern ist das schönste Land der Welt. Es gibt dort viele Surferinnen und Surfer, aber auch einen Bürgermeister.